Allzeit bereit, wenn es mal etwas wäre. Sicherheit ist wichtig und gut präparierte Piste. Das ist der Pizol. An diesem schönen Samstag im Januar noch ein Tüpfchen aufs Ei. Rambazamben, eine Schneebar auf der Furt. Selber die Schuld, wenn ihr das verpasst habt. Musik, Schneebar, aufgestellte Häseli und Hasen, junge Reporter, ja, ihr könnt das ja auch mal anholen. Der Pizol lohnt sich immer. Schaut die Reportage. Bist du viel in Pizol? Ja. Gefällt es dir? Ja. Bist du das erste Mal in Pizol? Nein, nein. Ja, nein. Jaime, nein. Malen, Malen. Hallo, ich hatte mich mir vor. Ich mache keine 바� Jessie. Aber ich hatte eine basketball eher eine Klose. Julian hat jemand gesagt, wenn er Ready! I,aneous, Oper zu metabolismen, ringingon. Also, ich habe einen Bezug durch die Musik. Enitnessger conclusion, Wir sehen uns beim collapse, Carne and I will, I'll sing, we'll sing, I'll sing, I'll sing, I will sing! Yehh! You can be one, I won't mind, I'll your girlfriend and I can't stand it. Und wo, 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 wo. Marko, Lange sammeln zu SPL, voll dein Ding, hier tanzt schon mit. Ja, auf jeden Fall, es braucht schon ein bisschen Aufwärmung, aber es kommt dann schon. Ich denke, der DJ heizt jetzt schon ein und dann können wir ihm ein bisschen das Tanzbein schwingen. Es läuft gut, oder? Ja, schau mal rundherum, das ist genial. Weil schönes Wetter ist, ist einfach super, nicht? Ja, das ist eine alte Geschichte. Das Wetter ist die Miete oder drei Viertel der Miete. Und jetzt mit dem Wetter, mit dem Schnee ist die Tür ein absoluter Hammer. Du Markus, weisst du, wie lange die Skulpturen gebraucht haben, bis die Skulpturen aufgebaut haben? Das sind junge Leute, die das gemacht haben. Das ist eine Firma. Die haben am Donnerstagmorgen angefangen, das aufzubauen. Man hat zuerst einen riesigen Schneehaufen gemacht. Und dann haben sie mit der Motorsage zuerst grob arbeiten gemacht. Und dann mit so Shaping-Instrumenten haben sie den Feinschliff gemacht. Und wenn man das anschaut, das ist wirklich der absolute Hammer. Gefällt mir wahnsinnig gut. Was gefällt dir am Pizzola am besten? Am besten gefällt mir, dass es eine gute Piste hat und einen guten Service hat. Ich finde es immer herrlich. Am Pizzol ist immer sehr toll. Und es ist immer top Piste. Und das ist natürlich super schön Schnee. Was gefällt dir am Pizzol am besten? Der Schanzenpark. Der Schanzenpark. Und was sonst noch? Das Tiefste fahren. Und was gefällt dir am besten am Pizzol? Mir gefällt am besten, dass man in Ruhe am Ski fahren kann. Dass es auch nicht so freche Leute hat, die einfach rein rasen. Was ist das für eine Maschine? Das ist eine Fotostation. Dann kann man hier drauf drücken. Oh. Und dann kommt das Foto. Und dann kommt das hier raus. Und dann kommt das hier raus. Das geht ein Moment. Also den Schritt hier raus. Ja, da kommt es. Ah, da vorne. Oh, oh. Du, du bist auf die Idee gekommen. Ja. Super. Also das ist nicht von uns, das haben wir gemütet. Ja, ja. Natürlich. Es sollte jetzt dann kommen. Ja gut. Ich meine, hey. Das ist ja. Super. Super. Zeig. Oh. Du, das ist aber eine gute Qualität. Ja, es ist eine richtige Kamera drin auch. Super. Wo eingestellt ist für die Lichtverhältnisse. Wie läuft es mit Pizzol aus deiner Sicht? Marketing? Ja, wir sind immer dran, da mitzuhalten. Dabei zu bleiben mit der Digitalisierung. Wird das ja auch immer anders mit den Social-Media-Kanälen. Dass wir dort immer up-to-date sind. Hast du den Pizzol schon früher gekannt? Ja, nicht so oft. Aber ich habe es schon auch gekannt. Also ich bin von Südibiet. Genau. Und Zürcher gehen meistens auf Flums. Aber du bist jetzt in Pizzol, oder? Ich war bei beiden Orten. Aber Pizzol ist natürlich um einiges schöner. Also ich komme hier von einer Live-Reportage mit dem CEO der Pizzol-Bahne. Herr Nussbaumer, erklären Sie uns doch mal die Fahrzeuge dieser Gondel? Ja, die Gondel hat auch die richtige Größe für mich. Und das passt wunderbar. Und die bringt uns an einen Platz, der wunderschön ist an Pizzol, nämlich auf die Furt. Hervorragend. Absolut begeistert bin ich von der tollen Sitzheizung, die wir hier haben. Sagen Sie mal, wie tun Sie die Heizung in dieser Gondel organisieren? Ja, eigentlich ist es keine Heizung, sondern eigentlich ist es eine Kühlung. Ah, okay, dann habe ich das falsch verstanden. Wir haben ja Winterbetrieb hier auch heute, und deswegen kühlen wir die Luft und die Gäste. Wunderbar, danke vielmals. Und wie sind Sie zufrieden mit dem heutigen Besucheraststurm? Ja, das ist natürlich herrlich. Bei so einem Wetter, so einem tollen Schnee und dann auch noch so einen schönen Ellers, den wir hier haben, tipptopp. Absolut. Und dann haben wir noch einen tollen Kameramann, der das alles noch ins Fernsehen bringt. Aus dieser grosszügigen Kabine. Jawohl. Das ist eine Zweiergondel. Jetzt müssen wir aber gleich noch irgendwo in eine Massage. Ja. Ich bin TVP. Was ist denn da? Privat TVP. Ah. Er hat sicher etwas zu sagen. Ja, es ist einfach super in Pizzol, oder? Schönes Wetter, alles in der Sonne. Und genug Schnee, alles. Und hübsche Frauen. Selbst so, oder? Finden Sie das cool in Pizzol? Ja, sicher. Aber vor allem, wenn es Musik hat und die Hässchen da, die Hübschen. Und euch natürlich. Klar. Danke vielmal. Was finden Sie cool an Pizzol? Alles ist gut an Pizzol. Finden Sie echt cool in Pizzol? Zum Morgen. Zum Morgen. Zum Morgen. Zum Morgen. Hase. Die Folgen sind keine Worte. So? Keine Hase. Schneehaase. Schneehaase. Eriza! Ein Fötes machen! Das ist im Fotoverrug, der Fett. Ja klar. Und dann? Schneehaase. Dort unten. Wie viel Mal? Wie viel Mal? Wie viel Mal? Einmal? Ui! 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 Du drückst die Nummer an! Hase! Sie sind selbstverliebt. Es ist kein Fernseher hier. Oh, das ist ja so. Hey, zeig mal Furtick! Alle haben zu dir geschaut. Die sind furchtbar. Jetzt kommen die besseren, die schärferen. Hase, was findet ihr cool an Pizzol? Es ist so schnell, was es jetzt hat, gell? Genau. Was findet ihr schlecht an Pizzol? Nicht. Der Schwein kommt hier runter oder nicht? Jetzt kommt das Messer. Schau mal. Jetzt schauen wir gerade um. Zeig! Achtung! Ja, super! Eine ganz andere Frage, warum macht ihr mal zu so gebückte Stellen? Wir stehen zu Hause und schrauben auf die Knoe. Nein, aber zu Hause kommt sie auf die Knoe. Wir haben den ersten Graf. Du bist genau gleich alt wie die Bahn. Man sagt es, ja. 1953, gell? Ja, genau. Der Film wird auch 1953. 2x53, gell? Bist du viel an Pizzol? Ab und zu, ja. Du kommst von Urgau, gell? Ja, genau. Was gefällt dir speziell an Pizzol? Die ganze Anlage. Aha. Und das Wetter natürlich. Das ist natürlich immer super hier, oder? Ja. Weisst du, was mir am besten gefällt? Nein. Ein Haufen Sessellifte, ein Haufen Beizen. Kannst du immer wieder rein kehren. Das finde ich super ein bisschen toll. Ja, das gehört auch dazu. Du weisst, das ist deine Frau, gell? Sie hat gesagt, sie sei im Ski-Club da. Kann das sein? Genau. Gib mir das Mikro davon. Du bist voll da im Ski-Club. Ja, wir sind im Ski-Club. Mit dem Ski-Club von Bischofzell da oben gekommen. Ja. Einer der grössten Ski-Club von Bischofzell im Unterland. Wir haben keinen Ski-Lift, aber wir haben etwa 330 Mitglieder. Und wir haben letztes Jahr das 50-Jahr-Jubiläum gefeiert. Herrgulissen. Was jetzt so schön ist, haben wir immer gesagt, wir müssen hier raufkommen und Ski fahren. Ah! 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 Bio Super! Okay! Egalicki. Das ist maraschön. Weil ich nicht weiss, charterer kommt ganz auf das Wetter rÜben. Wow! Dieser Schmeihl kommt aus der Brücke. Gell? Was findest du so cool? Dass es schön ist. Hat es viele Leute oder nicht? Es hat viele Leute. Kommt hier! Was finden Sie am Pizzol am schönsten? Dass er so nah ist, man ist schnell oben, man ist schnell wieder unten, man ist schnell in Zürich, schnell am Bodensee. Der Pizzol liegt verkehrsoptimal und ich wohne da. Deswegen ist er sowieso schön. Was finden Sie am Pizzol cool? Super die Piste. Man kennt sie, man kann fahren wie man will. Es hat nur gute Skifahrer auf der Piste. Die Aussicht, die Leute, die Beizen, die Musik heute ist sehr gut. Ja, das ist es. Ein coole Kind. Warum, Klaus, hast du mit der Frau eine Chance? Ja. Warum? Das ist schon seit Anfang so. Ah, so, ja. Stimmt. Das stimmt. Das ist die Wahrheit. 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 Das ist die Wahrheit.